Hey Leute, ich bin's der MrZeroLP. Willkommen zurück zur Let's Play Yu-Gi-Oh! Die heiligen Karten. So, wir machen weiter. Ich muss mal kurz mein Gamepad anmachen. So, hatte ich dich jetzt schon. Okay. Okay, du bist erstaunlich. Zäh, mal schauen. Ja, wir machen jetzt in einer neuen Aufnahmesession weiter. Hoffentlich mit einer guten, munteren Session. Ähm, ähm, oh. Hupsala. Und sind gleich ein paar Kacken, oder was? Ähm, ja. Geht super los. Guck mal, was ist noch? Schwarzes Loch. Ich muss grad Feigengruppe wieder sagen. So. Guck mal mal. Ähm. Was zur Hölle? Sie ist wirklich stark. Ähm. Die bringt mir jetzt nicht mehr. Diese Karte. Hallo. Mann, wie krieg ich die Karten, die ich brauche. So. Ähm. Mal gucken, ob ich jetzt hier gleich verkacke. Ah, toll. Ich dann auch was. Gut, passt auf, Leute. Ich überspring das jetzt hier schnell. Ich bin was schnell zu Ende. Ähm. Was für kacke, dass ich normal kann. Toll. Verloren. Geil. In der ersten Aufnahmesession wieder. Gleich verkackt. So ist mir aber egal. Machen wir es normal halt. Mir auch egal. So ging ich. Vielleicht. Ich hätte auch schlechte Karten. Ja. Fugst mir jetzt Schaden zu. Mir doch froh ist. So. Ah, jetzt haben wir eine starke Karte. Verhältnismäßig stark. So. Ähm. Angriff. Und jetzt greife ich direkt an. So. Schauen wir mal. So. Oh nein. Scheiße. Komm schon. So. So. Denn der Kack. Die ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Aber nicht gut genug für mich. Nicht so locker fertig. So. Dann hole ich jetzt mal eine beste Karte raus. Einfach mal so, wie es kann. Und Angriff. Das macht gleich ein bisschen mehr Schaden. Finde ich gut. Das macht. Äh. Ich guck mal, geht das. Oh. Oh. Oha. Muss wieder mit meiner Strategie kommen. Wie ich die Gegner gut entferne. Und zwar diese Strategie. Erst viel abziehen und dann noch mal ein bisschen weniger abziehen. So. Ah. wieder so machen zieht sich halt zeitlich länger aber das ist mir nicht so wichtig weil die haben wir trotzdem noch schnell im kasten so und damit war es das jetzt steckt die wirklich nur um fünf aber es ist ein schweres da waren teilweise den zwischen entgegner hier leichter naja was soll es sich regt mich da nicht drüber auf okay du hast dafür keine zeit der ist auch wieder ein bisschen schwerer sieht man jetzt auch im hintergrund wo wir jetzt landen nur schwere duelle hier oder was ach so klar wie heißt die karte okay okay er kann mich wohl im ersten zudem was zur hölle wie viel angreif hat die karte ja die muss ich in der karte es läuft wieder nicht gut für mich komm irgendwie ach ja leck mal am arsch so kann ich eben wieder cool naja was soll's let's fail ist das jetzt hier schon naja mal was halt noch einmal obwohl ich nein na gut okay die ist verpackt wieder wie wir es sehen 1700 so kann ich dafür einen anfangen ein tribut muss gezeigt werden gut dann kommt diese karte jetzt so angriff ist tot ich habe gerade was überlegt ja jetzt kann man die guten karten endlich nicht nur die schwachen die sowieso kaum ein mensch braucht das freut mich doch ich habe einen fehler gemacht sehe ich ach scheiß drauf ob wir kriegen den schnell zu klein holz verarbeitet so natürlich nicht aber so soll das dann gehen und so wer ist ja jetzt nicht so schwer also ja wenn man gut gezogen hat sollte das machbar sein und dann machen wir mal hier mit an und dann machen wir mal hier mit dann war es ja so kapazität ist wieder um 30 gestiegen weil ein bisschen stärker ist also jetzt habe ich nicht gezeigt man kann nämlich antworten auswählen an die grüß fahrer an die amerikanische so london hier geht es nicht weiter so so was haben wir was haben wir nur scheiße haben Scheiße, davon ne Menge. Wow. Ich muss mit Deckets tunen gehen. Ich hab das Gefühl. Ich zieh zu viel Mist. Was soll denn das? Ich hab auch gute Karten reingemacht. Warum krieg ich keine guten Karten? Versteh ich jetzt nicht. Naja. Ich wollt Mädchen nicht so viel verlieren. Ja, jetzt kommt Topf Tagir. Bitte besorgt mir ne gute Karte. Schwarzes Loch ist ganz gut. So, ich stelle erstmal alle Monster. Na, mein Gegner auf dem Feld. Kann ich wenigstens einmal ganz kurz in Angriff landen. Na, wir müssen diese belegen Karten endlich rausnehmen. Das geht nicht. Er hat noch nicht mal gute Karten. Ich zieh einfach nur so ein Murks. Was ist das für ein Murks? Das kann noch kein Mensch gebrauchen. Ah. Ja, ist ja wundervoll. So, jetzt kommt endlich mal ne Karte nach meinem Geschmack. Die mal ein bisschen hier was aus dem Weg räumtet. Jetzt keine Bugs. Jetzt könnten Bugs mich nerven. Okay, gut. Keine Bugs. Zum Glück. Bugs wären jetzt richtig scheiße von euch. Im Glück lang. So. Aber die haben wir zum Glück nicht. So. Ahem. Und den kaputt. Den kaputt. Den kaputt. So. So. Ritual bringt mir gar nichts. Jetzt können wir wieder auf meine billige Strategie spielen. Hm. Was soll's. Ha. Danach können wir dann auch schon den nächsten Bereich bald betreten. Ja. Jetzt kriegen wir hier mal ein bisschen mehr Schaden rein. Nur ein bisschen aber. toh. Oh gern. Ja. Und das? Und das? Und das? 哈. Bir feet. Ihr bleibt wenn wir jetzt? C Hof helfen? Was war was?